Im ersten Teil basteln wir die Maske. Dazu stellen wir uns eine aus Pappmaché her oder kaufen eine vorgefertigte. Wir streichen sie für den Hauteffekt mit gefärbtem Cinewachs ein. Nun können wir die Hautfarbe eventuell noch mit Theaterschminke anpassen. Zum Versiegeln streichen wir die gesamte Maske einmal komplett mit einer Schicht Latex ein und lassen sie trocknen. Auf der Rückseite bringen wir ebenfalls eine Schicht Latex an und belegen diese mit einer dünnen Schicht Watte. Diese betupfen wir dann erneut mit Latex. Anschließend betropfen wir die Maske mit Kunstblut und färben so die gesamte Rückseite rot. Wir lassen das ganze trocknen und bestreichen es noch einmal mit einer versiegelnden Schicht Latex. Die Augenbrauen malen wir entweder auf oder verwenden Wollkripp. Von diesem schneiden wir uns ein Stück ab und glätzen. Dann streichen wir die Maske mit Mastix ein und lassen es trocknen. Wir ziehen uns einzelne Strähnen Wollkrepp heraus, schneiden das Ende gerade und bringen es auf den Kleber auf. Anschließend schneiden wir die Augenbrauen zurecht. Fertig ist unsere blutige Ballmaske. Im nächsten Teil erstellen wir das passende Make-up. Sollte euch das Video gefallen haben, hinterlasst mir einen Kommentar, teilt das Video mit euren Freunden und abonniert meinen Kanal. Natürlich freue ich mich auch über einen Daumen hoch und einen Besuch von euch auf meiner Facebook-Seite. Bis zum nächsten Mal. 0 0 0 0